Eintracht Frankfurt gewinnt mit 2 zu 0 gegen Werder Bremen und bleibt somit weiter. Sagen wir mal ein Schlagdistanz zum Meister FC Bayern München, aber was noch viel wichtiger ist, bleibt dran an den Europa League bzw. an den Champions League Plätzen. Es ist alles sowas von verdammt eng und der Sieg heute war extrem wichtig. Für die Bremer ging es ganz bitter los, Friedel mit dem Eigentor ganz, ganz früh. Und ja, da war eigentlich schon der Abend gegessen für die Bremer. Aber so in ein Spiel reinzustarten, ist ganz, ganz schlecht. Und ja, das war dann auch noch der Pausenstand, was noch bitterer ist. Es war dann Kolomani, der das 2 zu 0 gemacht hat. Und der Junge, der ist einfach sowas von top. Also ich gönne es Frankfurt von Herzen, wenn die den noch über Jahre halten können. Ich befürchte aber leider, dass er irgendwann in der Premier League versacken wird oder irgendwo anders. Und entweder wird er dann Bankdrücker und wird nie wieder zu seiner Form finden. Oder er wird ein Superstar, so wie Erling Haaland und setzt sich wieder durch. Aber Fakt ist, dieser Junge macht einfach nur Spaß und ist quasi eine der Versicherungen für Frankfurt. Und es ist ein verdienter Sieg gewesen, keine Frage. Aber bei Frankfurt ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich gönne es den Jungs von Herzen, dass die mindestens nächstes Jahr Europa League spielen. Die haben so geile Fans, die haben eine geile Mannschaft. Und die haben es einfach verdient, sich international präsentieren zu dürfen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Und ciao.